Alle Jahre wieder. Weihnachten ist vorbei, doch der Winterspeck hält sich hartnäckig. Anregungen für gute Vorsätze gibt es zu Genüge. Lifestyle-Magazine präsentieren eine kaum überschaubare Fülle an Diättrends und Ernährungstipps. Studierende der Kommunikations-, Wirtschafts- und Ernährungswissenschaft an der Uni Hohenheim wollen wissen, was Verbraucher beim Lesen der Artikel subjektiv als besonders überzeugend empfinden. Also die ersten Stunden, die waren eher etwas theoretischer. Da haben wir dann genau eben Theorie gehabt zur Gesundheitskommunikation, wie das überhaupt funktioniert. Danach durften wir dann selber ans Werk ein bisschen überlegen, wie überhaupt ein Diätartikel aufgebaut ist. Dann haben wir uns selber einen überlegt, haben rege diskutiert. Im Rahmen des Reformprojekts Humboldt Reloaded planen die Studierenden schließlich ein Experiment. In frei erfundenen Testartikeln lassen sie zwei fiktive Ratgeberpersönlichkeiten gegeneinander antreten. Ernährungsexperte Prof. Dr. Alexander Schmidt arbeitet seit über zehn Jahren in der Berliner Charité und leitet das Institut für Sporternährung an der Uni Gießen. Fitnessguru David Thompson ist dagegen bei den Stars und Sternchen gefragt. Selbst die Creme de la Creme Hollywoods schwört auf seine Ernährungsprogramme. Doch die Wahrheit ist, die Ernährungstipps der beiden erfundenen Ratgeber unterscheiden sich nicht die Bohne. Und damit nicht genug. Einmal lautet die Überschrift über den Testartikeln ganz neutral Neujahrsdiät. Ein andermal preisen die beiden Ratgeber dieselben Tipps unter dem Trendbegriff Low Carb an. Wer kann die ahnungslosen Leser im Experiment stärker vom Diätprogramm überzeugen? Und welchen Effekt hat das Trendlabel? Wir wollten testen, wie sich diese Manipulation auf die Leser auswirkt in Bezug auf die Glaubwürdigkeit, die Umsetzbarkeit und die Effektivität dieser Diät. Dazu haben die Studierenden eine experimentelle Online-Befragung entwickelt. Das Besondere an Humboldt Reloaded? Von der Entwicklung der Forschungsfrage über das Design der Befragung bis hin zur Auswertung arbeiten die Bachelorstudierenden weitgehend selbstständig. Es war natürlich auch wirklich eine rege Diskussion, weil wir in unserer Runde Kommunikationswissenschaftler hatten, Wirtschaftswissenschaftler und auch viele Ernährungswissenschaftler, die alle ihre eigene Meinung haben zu Diätartikeln und was sie schreiben wollen. Am Ende sind wir dann aber trotzdem auf einen gemeinsamen Konsens gekommen und somit ist dann eben auch jetzt ein Poster zu einer Low Carb Diät entstanden. Und wie lautet nun das Ergebnis des kommunikationswissenschaftlichen Experiments? Unterm Strich hat bei den Probanden der Wissenschaftler die Nase vorn. Die Teilnehmer der Studie nahmen ihn nicht nur als kompetenter wahr, sondern schätzten auch die Diät als gesünder ein. Aber das Rennen fiel knapper aus als von den Studierenden erwartet. Taucht zusätzlich der Trendbegriff Low Carb auf, empfinden die Probanden den Fitnessguru offenbar ähnlich kompetent wie den Professor. Auch bei der Frage, für wie gesund die Teilnehmer die Diät halten, zeigt sich dann kein Unterschied mehr. Das ist eingereide, wie schön das für heute ist. Vielen Dank.